Sie hatten für sich zwei ein Einzelbett, das war so hart, wie sie das in ihrem kurzen, abwechslungsreichen Leben noch nicht erlebt hatten. Statt eines Lattenrosts lag die dünne Matratze auf einer Reihe alter Bretter, die jemand in den Rahmen gelegt hatte. Sie schlug vor, die Matratze lieber gleich auf den Boden zu legen, so wie zu Hause. Damit war der Raum dann voll. Es zog kalt unter dem Bett hervor, und auch über dem Bett, dort war das Fenster. Das hatten sie geöffnet, damit der Rauch hinauszog. Kalt wie das Weltall, dachte er. Und der Rauch zieht nicht hinaus, er kriecht hier auf dem Boden herum, sickert unter den Türen durch, die alle zu kurz sind, Licht- und Luftlinien. Bald weiß das ganze Haus, das hier gekifft wird. Aber sie hätte sich sowieso nicht abbringen lassen, sie war so aufgedreht, sie musste etwas tun. Am Abend zuvor, zu Hause noch, dasselbe. Sie sprang und rannte durch die Wohnung. Küche, Zimmer, Küche, Zimmer. Sie hatte Vanillepudding gekocht. Er war klumpig geworden. Das machte sie zusätzlich nervös, dass es ihr noch nie, kein einziges Mal in ihrem Leben gelungen war, Pudding ohne Klümpchen zu kochen. Sie schämte sich vor ihm, weil er doch Koch werden wird. Er ist 20 und heißt Tim. Sie ist 18 und lässt sich wahrhaftig Sandy nennen. Sie haben sich vor einem halben Jahr in einer Einrichtung kennengelernt, in der sie beide jeweils drei Wochen verbrachten. Danach sind sie nicht mehr auseinandergegangen. Sie wohnt bei ihm in seiner ruinösen Einraumwohnung. Er hat sein Lehrlingsgehalt. Sie hat gar nichts. Fick mir, sagte Tim, oder bring mir was zu essen. Darüber lachten sie ziemlich lange. Das ist das Beste, was du je gesagt hast. Fick mir, oder bring mir was zu essen. Fick mir, oder bring mir was zu essen. Später wurde das Licht zu hell und zu hart. Tim hatte auf Farben gehofft, auf die schönen Farben, wie einmal, als alles so bunt war wie zuletzt in Kindheitsträumen. Aber es blieb alles kalt und weiß, beige und braun. Der Tisch mit den Brandflecken, das unter der leeren Teekanne blakende Teelicht kurz vorm Ersticken, die Krümel, die Asche. Sandy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tim. Was, was, was? Ich kann dich nicht ansehen. Du bist ein Alien. Was, was, was? Du bist ein Alien. Scheiße, sagte Tim. Oh Scheiße, jetzt kann ich dich auch nicht mehr ansehen. Jetzt bist du auch ein Alien. Ach du Scheiße, oh mein Gott. Sie versuchten, einander anzusehen. Es ging nicht. Sie rissen schnell den Kopf herum. Er schaute eng an seine Schulter. Sie verdeckte die Augen. Sie prusteten, aber sie hatten wirklich Angst. Vor Angst lachend und kreischend saßen sie in der winzigen Küche. Am winzigen Tisch, weißer Tisch, braune Brandflecken. Untertitelung. Entschuldigung. Vielen Dank.